WTF? Wie komm ich denn da raus? Jetzt bin ich ja bewusstlos geworden. Gestorben durch Stress. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da kam Moser aus dem Wasser und dann hat er mich geschnappt. Der Rosettenhengst, der hat mich geschnappt, aber ich kann dann immer noch ein bisschen kämpfen oder so. Das heißt, ich habe mich einmal, glaube ich, befreit oder hat er mich losgelassen. Und dann bin ich aber nicht durch seinen Biss gestorben, sondern durch Stress, weil ich ja schon halbtot war. Wegen des Kackwetters. Unglaublich! Aber ich fand, das war ein cooler Tod. Nee, ich versuche mal den Tirano-Docken. Oh, da ist ja was zu futtern. Aber wie bremsen wir jetzt wieder? Mit Leertaste ist Aufstieg. Oh, X. X geht's abwärts. Da war ein Monster-Lag. Ach ne, jetzt ist der Sturzflug. Scheiße! Und tot. Nee, doch nicht. Faszinierend. Wie schnell dahin laufen. Ah, guck mal, hier habe ich jetzt ein bisschen was ausgerissen. Aber hier bleibe ich erstmal. Hier habe ich auch Trinkwasser, ne? Wir essen hier erstmal ein Stückchen. Wenn wir frisch geworden sind. Der Fisch würde es glaube ich besser schmecken. Und dann? Und jetzt noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir die Landung kriegen beim Fleisch. Ne, voll ist. Also der Server ist jetzt nicht voll, weil das hier ein deutscher Server ist. Aber da gibt es so drei, vier, fünf Server, die voll sind, gibt es glaube ich schon. So Leute, aufpassen hier nicht, dass wir jetzt crashen. Ach, bin nicht willkommen. Kann ich hier so abbeißen? Ja. Oh, da geht irgendwas. Da ist eine Spur. Ach, da. Stoßflug. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Gebisschen! Von hinten ran, Männer! Oh, scheiße, da ist ein zweiter! Fliegt nicht so tief! Oh, hier jetzt ein schönes Jagdgeschwader, Leute, und voller Angriff! Aber nicht als Juvie! Ah! Scheiße! Das ist ein zweiter! Aber wenn man jetzt richtig gut fliegen kann, dann kann das echt lustig sein! Genau, jetzt machen wir einen Sturzflug! Geronimo! Oh! Obwohl da sind Steine und ich, dass das nicht tief genug ist! Da! Da war sogar irgendwo Wasser! Will ich schnell auftauchen wieder! So, jetzt schnuppere ich nochmal! Ist das ganz unten? Oder sind das nicht? Da ist ein Fisch! Ja! Ja! Gekriegt! Da! Ha 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 ha! Hey! Das bestimmt, der, der mich getötet hat! Ich muss mal aufpassen, ne? Ist halt auch ein Spieler, ne? Wenn ich den beiße, kriege ich doch jetzt Nahrung! Habe ich doch geskillt! Ich muss vielleicht von oben richtigen Sturzflug machen! Da sind zwei! Oh hier, der ist nicht so stark, der da! Scheiße, ich bin doch in der Ausbildung! Wo ist der hin? Alter, ich treffe nicht! Der ist auf Tauchstation! Warum? Ich hoffe, dass das so ist! Da! Na, wenn die mich einmal beißen, bin ich am Arsch, ne? Das ist mein Leben mit meiner Familie zu teilen! Aber wenn es um Musik geht, hat bei uns jeder seine eigenen Vorstellungen! Und da kommt der Spotify Premium Family Plan ins Spiel! Mose am Petrifelsen! Was? Oder meine Kinder das, was sie unter Musik verstehen! Ich kann auf der Couch entspannen und meine Peaceful Piano Playlist hören! Bis zu sechs Accounts können pro Haushalt angelegt werden! Das hört sich gut an, oder? Jetzt drei Monate testen! Klicke auf den Banner, um mehr zu erfahren! Wo ist der denn? Hat noch Luft geschnappt! So ein bisschen für Action sorgen hier, ne? Ich will nur einmal zubeißen! Ich muss was essen! Oh, da sind Fische! Hm! Da waren Fische! Aber die bringen nicht viel! Da! Da sind Langhälse! Der alte Bomber! Ja, ich bin noch, was das Fliegen angeht, nicht gut genug! Ist da was Kleines an? Jetzt ist nur... Ach, Scheiße! Ich habe Angst, dass ich mir jetzt alles breche! Denn ich bin ja mittlerweile schon bei 1,043! Oh, da ist eine Höhle! Da sind zu viele Bäume! Ja, einmal gebissen! Stopp, das war der Atmen! Okay, Eilbeasts! So, jetzt tötet er mich! So, jetzt tötet er mich! Alter, was war das denn? Was hat er gemacht? Hat er mich eingeschüchtert jetzt hier? Was hat er für ein Skill, Alter? Was hat er gemacht? Ich bin rot! Was ist das, Leute? Oh, jetzt hat er da was Blaues! Der hat dich markiert! Der hat dich markiert! Wie kann man da einen denn markieren? Kann man einen denn markieren? Jetzt wirst du explodieren! Oh, er springt! Oh, da ist noch ein Pflanzen! Ach, zwei davon! Cool! Das können aber, ach so! Und was macht eigentlich die Spezialfähigkeit? Zum Beispiel, normalerweise ist die auf mittlere Maustaste, habe ich jetzt aber gar nicht! Ich will mal ein bisschen für Action sorgen hier! Jagdgeschwader, lasst mal ein bisschen die Kirby's nervös machen! Ah! Oh, scheiße, Alter! Aber den groß kriegen es doch auch ewig, oder? Oh, der schleppt Pflanzen! Aua, eingraben! Fuck it! Rückzug, helft mir! Aua! Das können aber nur bestimmte Eingraben, ja, eingraben! Solley hat er das Spiel verlassen? Warum? Abgestürzt oder was? Der fliegt hier doch noch! Oh, da kommt hier! Kampfgeschwader Zero ist da! Ah! 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 Der fliegt hier! 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 Hey, haben wir schon gut hingekriegt, oder was? Der schleppt den ganzen Baum mit. echt alle armpflanzen so Oh scheiße! Schnell weg hier! Was habe ich getan? Ich konnte den nicht beißen. Die Bisschen! Die Bisschen! Ich sehe es schon kommen! Alter, hat jemand mit dem Schwanz gewedelt! Oh, der da! Was ist mit Luna passiert? Wo ist Luna? Lebt die noch? Wurde die weggeschnetzelt? Der hat die erwischt? Hat der Luna erwischt? Ich glaube, der hat Luna erwischt! Noooo! Zu tief geflogen, ach so! Ich bin männlich! Ja! Also die Langhälse anzugreifen ist, glaube ich, echt gefährlich! Geht das Wasser da runter gerade? Da kann man Karni-Szene fliegen sehen! Dann sind wir auch mal vor. So vielleicht durch die Kamera dann nach rechts des Ingenies auf dem Da kann man Karni-Szene fliegen! Bohe! Ich bin sicher! Oh, nein! Was mir85.